Hallo, liebe Dr. Hufetz. Ich freue mich, euch mit einer schönen Rolle in der Heimsuchung beglücken zu dürfen. Allerdings nur in der Synchronform. Spielen tut jemand anders, aber ich versuche, so ähnlich und original zu sein wie möglich. Nein, nicht ganz. Einst war ich ein angesehener Schauspieler. Als die Theater einst schlossen, wurde ich aber ins Exil gezwungen. Und nur mit Hilfe dieser Requisiten vermag ich heute noch ein Publikum in Schach zu halten. Sie klingen ja geradezu wie ein Räuber. Ein Gentleman der Straße, Madam. Richard Mays zu euren Tiefs. Auch nochmal einen ganz lieben Gruß hier aus dem Studio. Und ich wünsche euch alles Gute und vielleicht habt ihr Spaß daran. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020